mein leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier auf meinem kanal moneymaker hd heute mit dem guten alten nox der box ich sag mal was ja leute bitte live machen bastian ist ja ein guter youtuber bitte 1000 likes machen alles klar er nimmt das in die videos auf also das sind die zwei also schaut mal bei ihm vorbei und wir landen im übrigen bei launy lodge und scheiße wir haben natürlich vor den epischen sieg zu machen mit dem neuen papierschirm welcher im übrigen übelgeil aussieht hast du den papier schon ausgerüstet vielleicht aktivieren jetzt ja der hat aktiviert da er hat auch einen epischen sieg bekommen zwar nicht in dem video er wird auch keine fordner videos bringen hat er mir gesagt und ich sehe da schon leute die zu launy lodge gehen nicht nicht der der flieger unter aber freie bahn bei launy alles klar liegt nach einem sturz am boden mit maschinenpistole hat sich früh verabschiedet gut ja wir sind immer noch in der luft ich lande im übrigen auf dem tun das heißt du kannst dich ein bisschen weiter runter lassen ja auf ein niveau was er zu mir passt okay das ist ein bisschen gemein sorry ja scheiß nicht umsonst das sind zwei personen hinten bei dir siehst du das ist ein baum wirklich so interessant ich bin hier das ist okay gut gut war das ja ich sehe dich das soll ich mal die baum unter dir kaputt schießen also ich finde es geil ganz ehrlich ich möchte wissen was passiert so stirbst oder ob du mir schaden nimmst oder das wird sicherlich auch herauszufinden warte ich baue den bau da unter dir einfach ab ist einfach aber das sind zwei leute nicht auch scheiße ich höre schießen warte ich runter ja wie weit bist du runter gefallen keine ahnung das muss gar nicht dass der baum so groß ist nein hast du waffe ja ich habe richtig gute waffen ich habe die theoretisch meine krepp waffen gegeben und nehme die muni mit nee warte die kleinen und die brauche ich nicht okay dann hier runter das ist ein schatz das ist ein das war so geil ich habe im übrigen noch dass sie für dich ich habe drei stück ja da ist ein schlürfsaft what the fucking herr das was haben die immer liegen lassen was haben wir liegen lassen ein schlürfsaft ein epischen was da drin hallo ja was ist da drin in dem schatz ich habe scheiße gefunden ich habe diese komische waffe mit dieser er schießt nicht so richtig salven sturmgewehr ja die so schlecht ist jetzt auch wieder nicht das ist ein schild dran den kannst du mitnehmen hier ich habe schon eingefunden ja aber das ist mittlerer ach so gut okay let's go let's go hast du getrunken trinkt den trinkt den ach so trinkt ihn auch schnell ich habe schön lassen abonnenten 30 oh cool ich habe politisch das ist ein taktisches grund das ist eine armbrust hier liegt eine armbrust für dich wenn du eine brauchst nein nicht abbauen nicht abbauen naja für mich mein aim im fortland ist scheiße okay warte ich baue sie hoch dein aim ist besser als mein im fortland sagt plenty auch dass ich inzwischen besser aim als er ja oh 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 das ist ich dachte ich fall da jetzt den berg runter und verreckt gelendig aber nein nein ich bin voll du kannst da unter an der seite da bin ich auch unter magst du das magst du das ich habe einfach die runde gewonnen wo wir so gemacht hat ich meine die runde haben wir wirklich gewonnen wir haben uns auch dann schon eine base gewonnen haben also gemacht hier shake und die runde haben wir dann letzter ist gewonnen mit einem kill an sich verlehrt aber geil niente abbauen niente also anfangs zumindest so lange wir noch nicht in der zone sind dann die tolls da liegt mein holz da liegt mein holz und ne war doch nicht ist ein schild dran du hast ein keller ich habe ein kill wollen wir jetzt schnell holz abfahren und ist geil weg bauen ja klar wir brauchen mehr holz aber das ist scheiße dass ich da jetzt nach oben gebaut habe vorhin werden zu wailingwood gemusst da hätten wir richtig viel holz fahren können heißt nochmal was bauen wir in der skybridge okay gut ich habe den youtube gesehen haben das so ganz hoch gebaut fast bis in himmel alter das ist ja auch eine skybridge kann theoretisch alles in fordner kaputt machen ich mache alles kaputt außer dem boden auch pilz mache ich kaputt auch was los ich dachte ich bin tot die zone spielt nicht ganz mit ich habe jetzt 300 ich habe 400 scheiße werden da früher fahren müssen allein muss der direkt in kampf gehen wow eine falle braucht jetzt gerade im moment wer siehst du sicher dass wir bauen skybridge hier diese umgebung hier ja aber die zone juckt wen aber in eine minute und ja ist doch egal wir können uns hochgehen ich habe noch ein medipack und du hast noch verbannt okay gut sobald wir von da oben runter geschossen werden sie weh tot ja also ist doch scheißegal ja no risk no fun that's our motto schön oh nein dahin wird gebaut die können unseren plan kaputt machen ich habe jetzt 537 ok muss reichen ok oh gott das einzige was unseren plan jetzt eigentlich noch der stellen kann sind leute die uns abschießen ja wobei das eigentlich immer der fall ist 100 pro schießt uns gleich jemand ab 100 pro ja oder das sehen uns nicht im übrigen habe ich so was noch nie gebaut schauen wann haben wir jetzt die maximum höhe erreicht hallo ok achtung maximale höhe als weiter runter oh schon jemand schießen wirklich ich hoffe die sind ja ich höre jemanden ja dann habe ich versuche ja dann haben wir ein problem wenn ich die versuche und zu schießen die welcher bahn ist das ist so geil ist auch scheißegal wenn wir runter geschossen werden haben wir wenigstens skype ich gebaut hat eine kleine oh gott oh gott das hat was gerade nicht gesetzt das ist tödlich also das ist tödlich wir sind jetzt gotter wir sehen und wir sehen die menschen die alle material ist fast leer ich muss jetzt mit stein weiter bauen ich hab nur noch 400 du brauchst nicht zu bauen du brauchst nichts zu bauen ach du brauchst den scheiß breiter okay so jetzt musst du weitermachen jetzt musst du weitermachen nein nein nur zwei nur zwei oh mein gott oh mein gott mach mir keine angst lol ich hab das leider stimmt ja oh geil lol ich hab von hier oben runter schleifen let's win this round ich hab nur noch hundert ich hab nur noch hundert ich hab nur noch 60 wir müssen reparieren nein nein das darf nicht wahr sein das darf nicht wahr sein ich komm zu dir oh shit oh nein egal das war geil egal das war geil ey komm nochmal und diesmal fangen wir früher an zu farmen ja wir gehen zu wailing woods da können wir am besten holz holen ja oh die runde war schön das war geil und da ist es mir jetzt sogar richtig egal dass wir gestorben sind ja wir waren achter habe ich gesehen ja komm zurück komm zurück ich bin schon drin ach stimmt du hast jetzt auch ps plus stimmt ja du kannst dir ein gratis skin holen okay cool musst du in playstation store gehen äh fortnite eingeben addons und dann kannst du sie gratis runterladen ja oh leule komm ich mach als titel skybridge challenge wir machen jetzt nur skybridge okay junge das war so schön gehört einfach so in dieser luft zu stehen ich habe alles repariert am ende noch online schauen wo der bus lang fährt schauen ob die karte da siehst du wo der bus lang fährt wir haben die arschkarte oh oh der fährt genauer schon die nacht vorbei das ist scheiße das ist scheiße ey wir haben ein neuer freund wir haben neuer freund gebunden ey was gibt's noch aufzeichnen harry das ist scheiße wir müssen hier weil wir müssen eigentlich hier bei wailing woods anfangen abzubauen aber hier wird ja jeder hingehen dann deswegen wir gehen wir zu dem ort wo ich noch nie war okay neusty meyer da war ich echt noch nie ist das ein sumpf ich meine ich gehe da jetzt auch nur hin weil ich da bäume sehe aber hätte der bus jetzt einmal mit gespielt kommen einmal ich check es halt echt nicht wie soll wie immer das dreckspäck aber was sind das für bäume riesige bäume what the fuck ey oh das sind sehr viele bäume das ist gut ja ich weiß ich habe dann müssen wir jetzt auch direkt da ist der krebs lol da ist er ich sehe ihn gerade zum ersten mal den krebs so jetzt habe ich alle tiere mal gesehen geil aber sehen kann neues team ihre meyer irgendwas ich glaube ich sind ich glaube ich sind die einzigste hier muss die mal ich habe ein boogie bunt was muss das ich finde die nicht so gut okay war nicht eine kiste schönes ding ich war noch nie im krebs und ich gehe da jetzt hin ich gehe da jetzt zum krebs ok ich habe jetzt so wie sie es gibt eine granate wo du bei dir werfst dann du kriegst oder so ach du du meinst die impulsgranate alter bringen die viel holz ich habe diesen einen baum gerade abgebaut 52 und ich habe nur dreimal drauf geschlagen ja alter das ist ja übel geiler fahrenplatz ich habe jetzt schon 107 so komm komm irgendwie kisten ja das brauche ich okay ich habe eine taktische schrotwinte ja kiste kiste ich hoffe du findest eine rakete ja das wollten wir auch noch in einem video machen das ist so geil weißt du was wir zocken bis abends wir mussten eine rakete finden das müssen wir machen ja aber viel mehr ist jetzt leider nicht egal ich komme wieder zu dir wir müssen jetzt weiter bäume abbauen ok ich habe jetzt 200 wer hat das gebaut so ein krabb ja der krebs da war ich gerade drin ok das ist eins der tiere die in fortlein eingebaut wurde es gibt ein lama und krebs und fuchs das lama kennen wir inzwischen alle ganz gut beim fuchs war ich noch nie und jetzt war ich das erstmal beim krebs ach es ist wirklich ein sumf jetzt sehe ich es alter ich will diesen baum da ich will den baum ach komm zu mir baum oh der ist richtig groß alter wie viel holz gibt er wohl rate mal ja das ist das komische an du sagst du komm zu mir 113 holz wow man kann es auch übertreiben ne jetzt kein witz der hat mir gerade 113 holz gegeben wie viel hast du jetzt 360 oh ich habe 306 ok hier ist niemand ich dachte ich habe jemand gehört oh gott ich habe nur 360 holz fällt mir gerade auf diga muss die markt das ist die sicherste ort ja alles bäume ich liebe bäume ich liebe bäume ich liebe bäume und abbauen 102 holz alter was was geht boah so wir müssen weiter wir gehen dann schon wieder in die nächste zone abbauen ja aber der sumf ist eigentlich gar nicht so toll boah ok wir müssen los ey hast du anbrust ich kann dir die anbrust geben nein ich habe keine anbrust aber ich muss jetzt erstmal weiter ach lol du hast zwei ne ich hab ne das lass mich den ok oder auch nicht ach so entschuldigung egal kein problem ich würde sagen den anfangen müssen wir auch eigentlich aus metall bauen ja ok da muss ich das nein ist eigentlich voll dumm da 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 das ist eine riesige boah nur 55 hm wobei warte nur das ist richtig viel für dreimal draufhauen ja ey das kann man nur bis 1000 oder oder bis 999 also ja 1000 sagen wir so ach so ok komm schon wenn du auf youtube upload skyboxdPEG zu porten oder was der plafisch challenge ja ok ja das ist gut ja wieso finde ich hier nichts alles scheiße nicht so ich sage mir so wenn der sturm unter fasst scheißegal erstens ich hab mir die weg und zweitens wenn mal runterfallen ist eh alles im alber Ey, passt nicht, ich hab mein Haus gefunden Schön Oh, ich kann nicht reinkommen Scheiße Fick dich, Bau Ich liebe Bäume Ey, ich mag die auch, aber... Oh Okay, die Zone kommt jetzt echt langsam Wie viel Holz hast du? Äh, 736 Okay Okay, wir müssen erstmal loslaufen Ich laufe erstmal los Ja Sonst kommen wir gar nicht mehr in die Zone Oh, shit Ach, komm Fuck Schwache Beine Das kommt mit dem Alter Da, 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 da Gott, die Zone, die Zone Das ist mein Baum Ja, das da vorne ist meiner Alter, 800... Ich hab 820 Holz Oh fuck, ich muss gehen Hä, was? Oh Gott, die Zone... Die Zone ist hinten bei mir Egal, die werden uns eh hochbauen Oh mein Gott, Tsunami kommt Oh mein Gott, Tsunami kommt Tsunami, meint sie wohl eher Tsunami... Ja... Oh fuck... Ah, das schaffen wir Ja... Das bringt uns nicht um Wir sind beschäftigt Die wollen SkyBitch bauen Also tötet uns nicht Ich glaub, die hören dich nicht Die sind schon auf dem Weg zu unserem neuen Snipen Ja... Ich hab fast 999, fahren du auch mal ein bisschen weiter Ich hab 800 Ja... Ja... Ich hab fast 999 Cool Leute, ihr dürft ja mal gerne schreiben Was wollt ihr so für Challenges in Fortnite sehen? Was? So, ich hab 999 Holz Okay... Wie viel hast du? Äh... 945 Okay, ja komm, lass hochbauen Ich hab schon gepasst Ja... Let's do this Auf den Baum Ja, was ist das hier? Ja, was ist das? Das ist, äh... Vom Tannenbaum Ach so, ich darf sein Spinat Was? Spinat Ein Spinat? Ja moin Ich hab Hunger, Alter Ich hab Hunger auf Spinat So, warte, ich muss jetzt aufpassen, wann ich am Ende bin Ja Oh Gott, das wird so übel enden Das wird so übel enden Okay, komm Komm her Komm hoch Ja Ja Okay, gut Ich seh's doch schon, komm, wir werden runtergesnipet Ja Oh Mann Das ist so geil Wir sollten uns nicht so weit von der Zone wegbauen Wir müssen ein bisschen warten, bis die Zone kommt Ja Weil in der Zone sehen die uns schlechter, das ist gut Wir brauchen die Deckung So, gleich geht's los Oh Gott Weiß nicht, wie aufgeregt ich bin Okay Oh, okay Mann Das brauchen wir theoretisch nicht Alter, was passiert, wenn ich das hier abbauen Oh, guck Das ist auch so Ich hab das Ding fast abgebaut So, wir müssen jetzt warten, bis die Zone bei uns ist und dann dürfen wir uns erst weiterbauen Siehst du jemanden? Ich bin am gucken Die Tsunami Weil wenn da echt jemand ist, haben wir ein großes Problem Leute, wir können die ganze Zone überblicken Was? Schau mal auf die Karte, wie klein die Zone wird Oh, scheiße Nein, das ist perfekt Schau mal Unsere ganze Treppe wird jetzt gedeckt Achso, ja, stimmt Ja, ich sehe, ja Und mit diesem Ding da, also mit der Wand da, von der Zone, sieht man das Ding besser, äh schlechter Komm mit, komm mit Ujs Bau material in die Hand und los , gebaut Die Zone ist gerade hinten, mein Arsch Alta Boah Ja, lasse ich ihn noch lecken, ist doch scheißegal, was ihr macht. Bist du im Sturm? Scheiße. Ja. Ich habe nur noch 70% Leben. Das schaffen wir. Harry, gleich musst du weiterbauen. Ja, ja. Sag mir, wenn du fettig bist. Ich schaffe es noch in die Zone rein. Ja. Oh, was? Ich habe es gerade so geschafft. Alter, nicht weiterbauen. Nicht weiterbauen. Komm mal zu mir. Oh, shit. Ja, ich habe das abgebaut. Nein! Alter! Bist du geisteskrank? Äh, warte hier. Gönn dir mal die Waffe. Okay, gut. Schau, unser ganzes gebautes Gebilde ist jetzt hinter der Zone. Und durch diese Wand, die zwar durchsichtig ist, aber sieht man die schlechter. Und wenn wir uns hier an der Seite aufhalten, alter, hast du irgendwie was zum Snipen? Dann kannst du mir sehen, wir können die ganze Zone überblicken. Ja, ich habe leider keinen Snipen. Bei Loot Lake hört es auf. Wo ist ein Loot Lake? Jo, wir sind gerade ganz nackt und killt in Towers. Oh, warte, ich bleib mal hin. Das sind auf jeden Fall Leute da. Also ich sehe, ehrlich gesagt, gerade niemanden. Okay, gleich geht es schon wieder weiter. Da musst du dann gleich bauen. Warte, ich baue schon mal so weit, dass ich kein Material mehr habe. Ja. So, ich habe jetzt kein Material mehr. Gar nichts. Okay. Alter, Leute, geile Sky Bridge. Dahin haben wir angefangen. Nicht weiter bauen. Bist du krank? Wir müssen uns doch nachher eine Zone aufhalten. Oh fuck, ich dachte du. Oh scheiße. Egal. Ich habe noch 800. Egal, egal, egal. Alter, das wird so knapp werden. Denkt ihr, wir kriegen das hin? Stell dir vor, ähnlicher Sieg. Ja, das ist so geil. Okay. Das wäre so geil, wenn wir beide Rakete und Minigun und Scar. Das wäre so geil. So, wir müssen jetzt weiter. Okay. Hier vorne. Ja. Und Bauer, der ist ein bisschen breiter. Renn, renn, du kannst gedrückt halten. Renn. Nein. Oh fuck. Sniper. Jetzt renn. Soll ich weiter bauen? Renn. Let's go, let's go. Ich schaue, dass hier nichts abgeschossen wird. Ist hier irgendwas abgeschossen? Nein. Okay, los, 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 los. Komm, wir schaffen sie die Top Ten. Bau dich mal ein bisschen weiter nach rechts. Jetzt geradeaus nach rechts. Oh, what the fuck. Halt einfach gedrückt, halt einfach gedrückt. Halt gedrückt und renne. Nein, hier in die Richtung. Hier. Ja, jetzt. Alter, die Zone kommt. Okay, da unten wird entweder gekämpft oder die schießen auf uns. Ja. Machen wir ein bisschen langsamer. Wieder würden sich zu weit von der Zone entfernen. Alter, ich hab den ganzen Überblick über das gesamte Feld. Ach so, die Scheiße, die Zone kommt ja. Ups. Ah! Harry! Nein! Ich hab gedrückt. Du hast das nicht funktioniert. What the fuck? Die haben uns abgeschossen. Die haben uns abgeschossen. Egal. Leute, wir haben eine Skybridge gebaut. Und wir waren unter den Top Ten, Harrods. Wir waren unter den Top Ten. Nicht von den Spielern her, aber von... ... Vielen Dank.